...bleibt hinter ihm zurück. Auch Büchner hat ihn noch nicht überrollt. Die Note von Geki haben wir noch nicht erhalten. Imitar Taskov, der Bulgare, gleich zweimal mit dem Hili, hat heute etwas Mühe bekundet, schon zu Beginn des Wettkampfs. Auch die Bulgaren werden, wie man so schön sagt, in den nächsten Jahren wohl das Heu etwas heruntergeben müssen. Es ist kaum anzunehmen, dass sie...